Das verzeihe ich dir nie, Tom. Es gibt nicht mal einen Taxi in diesem Scheiß-Kaff. Mist. Pass doch auf, du dämlicher Dorftrottel! Sorry, war keine Absicht. Kann ich Sie vielleicht mitnehmen? In den Tussipuschen kommen Sie hier nicht besonders weit. Jetzt lassen Sie mal schön meine Sorge sein. Kann ja nicht jeder so rumlaufen wie der letzte Dorftrampel. Was ist der Klingelton von meinem Ex-Chef? Moment. Joost? Geh bitte. Meine Kollegin hat die Akte versteckt. Ja, natürlich möchte ich meinen Job zurück. Morgen Nachmittag. Bis dann. Ich bekomme meinen Job zurück. Ich bin cyclist. Ich bin